die Knie die Knie für die Euro aber jetzt an in 4 oder in 5 in 4 oder in 5 im Moment befindet noch lange Wir brauchen den EMP. Alles weitere ist sekundär. Beruhig dich. Ah, am Dog's hitstunner. So zerstört. Ah, MP5 ist so übertrieben, die Waffen. Nyauuum. du huren jetzt war jetzt dann nur irgendein sicht der schlecht dann drei durch war und die zwei ficken sich gegenseitig in orsch he beizut sich auf ihr idioten er glaubt wieder da kommen eine bei der tier und er ist tot der russ ist gut aber sowas von tot es ist ja du wieso mann jetzt so so war die waffen kurz mehr so ja ja so tat ja 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 zweimal ich brauche ein bisschen Distanzwaffen VL mit Laser natürlich der letzte sitzt ganz also einer ganz links im Gebäude und einer rechts in der Halle kommt zu uns den in der Halle hast du, gell? ja der letzte ist links im Gebäude oben links oben? ja das war's Leute auf die nächste Runde bereit macht ja ja man sollte ja keinen Overkill spielen boah aber mitten ins Gesicht jetzt schaut die drei Österreicher auf am Flick na schön holt euch das Objekt na los Leute komm einer sag komm einer ich warte auf die feindliche Drohne ist bei uns ahhh bei der Container jetzt komm scheiße ich habe mich umgebracht so kleiner Noob du nimmst jetzt ein Feuil ja ja dass ich ein bisschen Distanzwaffen auch habe hinter der Mauer ja der letzte ist glaube ich bei einer hinten ja ich habe ein bisschen warm gespielt schon jetzt kommt aber noch ein Level ab dazu dann geht es erst richtig rum dann geht es erst richtig rum dackel probleme sie haben die bomben sie müssen zu mir kommen hallo grünen haus damit das schrot probiert da sind doch im grünen haus du david ah für wo ich sehe dich nicht ah da Na? Ein blauer Coutainer Guten Tag Na! Er brennt! Scheiß Concussion, Nate! Trotzdem wieder keiner Oben, bei mir Schlecht Schau, schau! Hau an! Das war der, der Dick, Rito da, Alex! Ah! Tschüss! Oben, was war denn das? Was war denn das? Was war denn das? Schau! 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 Gehe! Wird rfuhr wo denn? Oben! Na? Bei Startblehn! Da unten, ist auch einer Geben nur einer Wo? 21 Abschüsse, bist du verrückt? Der Feind hat den EMP, verteidigt den Darm des Verschüsse. Tschüss. Eine Runde für uns, bleib konzentriert! Das Dei ist mir nicht gewissen. Kackt! Wollte ich vom Gegner eigentlich. Aber ich habe es gekackt wieder. Und dann kehrt es mir. Ach so, wenn es zu sechs ist, dann ist es deine. Was musst du da drinnen haben? Ähm, Kundschafter. Das ist auch nicht schlecht. Ich lauf jetzt. Probiert einmal aus. Oh, die sind alle vor mir. Links ist ein Sniper drin. Das weiß ich nicht. Verbündeter Clusterschlag nähert sich. Die Drohne ist in der Luft. Radarsuchen und gestartet. Wollt bin ich aber noch nicht. Was ist das, was ich immer hier betrachten muss? Ja. na mit der schrot die einzigen kills was kriegst du mit der schrote behinderung ich bin scaring vom bodem hinter dem container im haus drehen wer los im drin sitzen ja hoff gælde hun kæmpen ude i sotohinten eller hvad de morges ja was ma bitte warum du scheiß zielhilfe ich hätte ja gar nicht auf den rechten zieht ma bitte nix ich nehme jetzt die bomben und dann bin ich dahin ich bin weg mit der bomben ich spiele mal auf draw ist mir scheißegal die kämpfen hinten jetzt muss ich meinen arm holen der ist wieder afk oder ja ich kann dich da nicht holen du liegst zu offen alex ok ähm du hast ihn gesehen mhm schön der letzte ist hinten snappen der ist der ist weg hupf das objekt ist platziert verteidigt der 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 der